Keiler, keine Fak, ihre Chats geiler als Keiler. Liebe Leute, es ist wieder gefakte Chat-Nachrichten-Time hier auf diesem Kanal, denn ich habe ein weiteres Beweisstück bekommen. Das ist mir auch schon aufgefallen, aber ich dachte, es ist kein wirkliches Video wert. Aber gut, ich kann ja auch ein kurzer, schnellen Quickie. Ein Quickie kann ja auch mal ganz schön sein, liebe Damen. Please give me cock. Und ich möchte gerne auch von euch mal wissen, ob euch das schon mal jemals vorgekommen ist, was ihr hier in diesem Chat-Verlauf seht. Wir haben hier einen weiteren Ausschnitt aus ihrem Original-Video und ich weiß nicht, was hier passiert ist. Aber mir geht es ganz gut. War halt echt voll der Schock gestern. Dann, hey, was ist los? Bin gerade im Zug. 10.50 Uhr. Kannst du bitte die Story entfernen, ganz dringend. 10.49 Uhr. Und dann, die nächste Nachricht ist wieder, da ist gerade leider das Scroll-Symbol drüber, irgendwas mit 10.52 Uhr oder sowas. Also in meiner ganzen WhatsApp-Nutzerlaufbahn, und ich hatte WhatsApp als einer der Ersten, weil ich ja so ein Technik-Nerd bin. Ich hatte auch als erstes irgendwie ein Smartphone. Ist es mir nie, 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 nie passiert, dass ich irgendwie eine Nachricht hatte, die von der Zeit vor der Zeit war, als ich eine geschickt habe? Ich weiß es nicht. Also Leute, schreibt es mir bitte auch da in die Kommentare. Ja? Ist das möglich? Ist das irgendeinem von euch passiert? Es ist so Wahnsinn. Also was, wie viele komische Unstimmigkeiten in ihren ganzen Dingern da drin sind. Es ist der Hammer. Also Leute, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Aber auch hier muss ich sagen, Keiler, keiner, shit. Keiler, Keiler, keiner faket seine WhatsApp-Nichtrechten. Geiler, vielleicht ein neuer Mallorca-Hit, ne, für diese Saison, liebe Keiler. Wünsche dir was. Und an ihr nicht vergessen, und drückt mir die Glocken. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.